Mensch, ist das ne urige Kneipe hier. Geleck ist das eine Porzen. Hallöchen. Soos. Ich hätte gerne ein halbes Hähnchen. Halbes Hähnlbittchen. Nee, hier kommt noch ein Bekannter. Na, da kommt noch ein Spezi. Komm, verzieh dich. Schleich dich. Du, ich geb dir gleich ne saftige Ohrfeige. Du kriegst gleich ein Drumwatschen. Der Mann war ja total alkoholisiert. So ein Biertipfel. Ich glaub, ich nehm noch die Pilze. Du, ich glaub, ich friss noch die Schwammerl. Das war ja wirklich ne mickrige Portion. Das war ja ein Mondratzell. Also ich bin schon richtig beschwitzt. Leck mich am Eischel wie ein Suri. Sag mal, hat irgendjemand noch Münzen? Geh weiter, hast du noch einen Diritari. Tschüss. Also, führts euch. Servus, Robertieri. Irgendwie hab ich total verschleimte Nebel. Das wär der Lungenharing.